Meine Damen und Herren, ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes und des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Drucksache 19-6053. Zur Einbringung spricht Herr Staatsminister Beuth. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir legen Ihnen die Änderungen zum Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz zur Beratung vor. Wir haben nach einer ausgiebigen Evaluierung des Gesetzes folgende Vorschläge zu machen. Wir haben uns neben der normalen gängigen Evaluierung eines solchen Gesetzes natürlich auch an den Rechtsrahmen, der sich um uns herum so ergeben hat, zu orientieren und hatten die Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie ebenfalls im Gesetz vorzusehen. Danach werden die Anforderungen für die Erstellung und den Inhalt von Notfallplänen entsprechend der Seveso-III-Richtlinie vorgesehen. Meine Damen und Herren, das Land Hessen fördert den Brand- und Katastrophenschutz, wie kaum ein anderes Land in Deutschland, wahrscheinlich sogar darüber hinaus. Wir haben insbesondere im Jahr 2017 den Brand- und Katastrophenschutz wieder sehr umfangreich ausgestattet. Wir haben im Lande eine Förderung für den Brand- und Katastrophenschutz, insbesondere für die Feuerwehren, vorgesehen, von 22 Millionen € im Jahr 2017. Das war der höchste Förderbetrag, den es jemals gegeben hat, eine Rekordsumme innerhalb eines Haushaltsjahres. Allein im Jahr 2017. Ich finde, es ist wichtig, dass wir das im Rahmen der Beratung des Grundgesetzes unserer Feuerwehren- und Katastrophenschutzorganisationen noch einmal verdeutlichen. Im Jahr 2017 haben wir alleine mit 190 Fahrzeugen in der Beschaffung und darüber hinaus weitere 50 Fahrzeuge vorbeschieden und dem Bau von 50 Feuerwehrhäusern wirklich eine herausragende Unterstützung für unsere Feuerwehren geleistet. Ich finde, darauf können wir insgesamt sehr stolz sein. Zuvor haben wir in den letzten zehn Jahren mit fast 1.300 Maßnahmen und rund 105 Millionen € genau in diesem Bereich gefördert. Unsere 80.000 Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren und Helferinnen und Helfer im Brand- und Katastrophenschutz, für die wir und für deren Dienst wir sehr dankbar sind, haben wir ordentlich, was die Ausstattung angeht, gesorgt. Darüber hinaus will ich nicht verhehlen, dass wir auch im Bereich des Katastrophenschutzes in den letzten Jahren seit 2008 ungefähr 50 Millionen € investiert haben und allein dort den Fahrzeugpark an Landesfahrzeugen von 278 auf über 600 mehr als verdoppelt haben. Das ist eine schöne Zahl, und die Tatsache, dass wir dafür vom Bund benachteiligt werden, ist ein sicherer Hinweis dafür, dass in anderen Bundesländern ganz offensichtlich die Förderpraxis eine andere ist. Bei uns ist sie jedenfalls gut. Das Brand- und Katastrophenschutzgesetz sieht nunmehr ein paar Veränderungen vor, die für unsere Feuerwehren und für den Katastrophenschutz außerordentlich wichtig sind. Einmal haben wir vorgesehen, dass die Städte und Gemeinden verdeutlicht bekommen, dass sie für den Erhalt und die Gewinnung unserer ehrenamtlichen Kräfte eben auch mit zuständig sind. Ich finde, dass wir hier einfach gegenüber dem Träger der Aufgabe noch einmal auch im Rahmen des Gesetzes noch einmal sehr dezidiert deutlich machen, dass sie dort eben ihren Beitrag auch entsprechend zu leisten haben. Wir seitens des Landes tun dies ebenfalls. Wir haben vorgesehen, dass die Städte und Gemeinden bei der Frage der Evakuierung einer Mitwirkungspflicht unterliegen. Auch das ist hier im Gesetz entsprechend vorgesehen. Darüber hinaus haben wir uns das Thema Brandschutzerziehung vorgenommen, das unter vielfältigen Gesichtspunkten wichtig für den Brandschutz in unserem Lande ist. Einmal natürlich dafür, dass wir Kindern schon einmal vor Augen führen, wie mit Feuer und mit Licht umgegangen wird. Auf der anderen Seite bietet die Brandschutzerziehung auch die Möglichkeit, für die Feuerwehren innerhalb der Schulen für entsprechenden Nachwuchs zu sorgen und zu werben. Hier haben wir die Erschattungsansprüche für die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkräfte entsprechend verändert. Wir haben darüber hinaus eine Befugnisnorm geschaffen in § 12 Abs. 11 des HBKG. Das ist keine einfache Geschichte, die wir uns dort vorgenommen haben, weil wir dort ein bisschen an der Autonomie der Feuerwehren in unserem Lande kratzen. Aber es war ausdrücklicher Wunsch des Landesfeuerwehrverbandes, ausdrücklicher Wunsch der Kommunalen Spitzenverbände, dass wir für die Städte und Gemeinden, die ein Bauaufsichtsamt haben, die Möglichkeit schaffen, dass sie dort den Stadtbrandinspektor hauptamtlich führen können. Auch das ist eine wichtige Veränderung, die wir hier vorschlagen. Darüber hinaus haben wir – das ist ein Bereich, der natürlich im Lande diskutiert wird. Ich bekomme hier auch die eine oder andere Zuschrift aus den Landkreisen – bei der Feststellung eines Katastrophenfalls brauchen wir objektive Standards. Die haben wir in der Vergangenheit eben nicht gehabt. Wir dürfen nicht vergessen, dass, wenn auf der Kreisebene der Katastrophenfall ausgerufen wird, die Ermächtigung schaffen, dass in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger sehr massiv eingegriffen werden kann. In einem Katastrophenfall stehen Grundrechte wie die Freizügigkeit, die Unverletzlichkeit der Wohnungen oder die Gewährleistung des Eigentums vorübergehend möglicherweise unter Einschränkung. Ich finde, dass wir hier sicherstellen sollten, dass wir eine angemessene Kontrolle bei diesen schwerwiegenden Grundrechtseingriffen haben, indem wir einheitliche Standards sicherstellen. Das geht, indem das Einvernehmen und die Zustimmung der obersten Katastrophenschutzbehörde in diesem besonderen Fall der Ausrufung des Katastrophenfalls eingeholt wird. Ich halte das für einen wichtigen Punkt, um allgemeine Standards auch hier in diesem Fall sicherzustellen. Lassen Sie mich noch einen letzten Punkt ansprechen, den wir ebenfalls geregelt haben. Das ist die Neuregelung für die Kostentragung bei sogenannten Tragehilfen. Wir haben häufiger die Situation in der Vergangenheit, dass die Hilfsorganisationen von den Feuerwehren unterstützt werden müssen, um den Transport von stark übergewichtigen Patienten aus den Häusern sicherzustellen. Auch hier müssen wir dafür Sorge tragen, dass dann die Feuerwehren, wenn sie zum großen Teil mit ehrenamtlichen Kräften unterwegs sind, eine Kostentragungspflicht auslösen und die Kosten erstattet bekommen. Meine Damen und Herren, das ist der Gesetzentwurf nach einer umfassenden Evaluierung zum Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz. Ich freue mich mit Ihnen auf eine muntere Debatte in den Ausschüssen und in den weiteren Lesungen. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. – Zu Wort gemeldet hat sich Herr Kollege Franz für die SPD-Fraktion. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die eingebrachte Novelle des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes und die damit verbundenen Änderungen des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung sollen das oder die Gesetze besser machen. So ist jedenfalls der formulierte Anspruch. Ob dieser Anspruch erreicht wird, hängt für die SPD-Fraktion von drei Kategorien der Bewertung ab. Erstens. Was ist in den Veränderungen des Entwurfs rechtlich unstrittig oder dient nur der erforderlichen redaktionellen Ergänzung? Zweitens. Wo ist ein notwendiger Anpassungs- und Regelungsbedarf durch veränderte Rahmenbedingungen gegeben? Wie ist diese ausgestaltet? Drittens. Gibt es gesetzliche Veränderungen, die im Gegensatz zu einer bisher erfolgreich ausgeübten Praxis stehen? Diese konnte karieren und damit Widerstände oder auch Fehlinterpretationen provozieren. Unter Punkt 1 ist sicher unstrittig, dass die sogenannte DEVESO-III-Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates in nationales Recht übernommen wird. Da der Katastrophenschutz in der Zuständigkeit der Länder liegt, muss eine Regelung in § 48 HBKG erfolgen. Für Städte und Gemeinden mit einem Störfallbetrieb ist diese Richtlinie von besonderer Bedeutung. Für diese muss die untere Katastrophenschutzbehörde in erweitertem Umfang externe Notfallpläne erstellen. Unstrittig ist sicher auch im Rahmen der Änderungen des HSUG, dass Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, das heißt Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste, auf einen überall voll funktionsfähigen Digitalfunkzugriff haben. Das erfordert eine klare definierte Zuständigkeitsregelung, wie sie in der Landeskoordinierungsstelle beim Hessenpräsidium für Technik vorgesehen ist. So weit, so gut. Aber auf der Verbandsversammlung im letzten Jahr, in der Verbandsversammlung des Landesfeuerwehrverbandes, hat Herr Staatssekretär Koch formuliert, es gäbe noch 100 Baustellen im Bereich des Digitalfunks. Hier ist es sicherlich auch die Aufgabe, erstens die Optimierung auf allen Ebenen herbeizuführen, damit man dann auch sinnvoll koordinieren kann. Unstrittig ist daher, dass eine neu eingeräumte Ermächtigung auch gegen den Willen der Eigentümer oder Nutzungsberechtigter in größeren Objekten, das heißt also zum Beispiel in Einkaufszentren, Gebäudefunkanlagen anzuordnen und zu installieren möglich sein muss. Dass Landkreise und kreisfreie Städte mit einer zentralen Leitstelle einschließlich einer Brandmeldeempfangszentrale künftig die Kosten der Aufschaltung von Brandmeldeanlagen refinanzieren können, ist zu begrüßen. Im Bereich der Modernisierung der Leitstellen geht es nach Ansicht des Landesfeuerwehrverbandes nur im Schneckentempo voran. Wenn aber dann auch noch der hessische Sozialminister wörtlich formuliert, Leitstellen sind der Spielplatz für Feuerwehrmänner, dann muss ich sagen, geht man weit über das Ziel hinaus und diskreditiert letztendlich die, die an diesem System arbeiten. Zugleich liefert diese Aussage natürlich erneut Argumente dafür, die Zuständigkeiten für die Rettungsdienste im Innenministerium zu verankern. Das SPD-Wahlprogramm für die Landtagswahl im Herbst sieht dies jedenfalls vor. In § 61 des HBKG ist nunmehr die sogenannte Tragehilfe geregelt. Der Minister hat schon darauf hingewiesen. Es ist teilweise so, dass das Verständnis der öffentlichen und privaten Arbeitgeber für solche Einsätze natürlich auch nachvollziehbar schwierig ist. Aber es ist eine Aufgabe, die erfüllt werden muss. Teilweise sind sogar die Geräte oder die Transportmöglichkeiten neu technisch anzupassen, damit man auch die entsprechende Statik vorhalten kann. Zweitens. Wo ist ein notwendiger Anpassungsregelungsbedarf durch veränderte Rahmenbedingungen gegeben und wie ist diese ausgestaltet? Die Themen Evakuierung und Nachwuchsgewinnung will ich dabei in den Fokus nehmen. Nach dem Zivil- und Katastrophenhilfegesetz des Bundes obliegt die Zuständigkeit für die Evakuierung in den Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden. Das ist bisher geregelt in § 28 des HBKG. Der Standard dieser Aufgabenerfüllung wird jedoch erweitert. Das heißt, für Aufnahme und Versorgung der evakuierten Bevölkerung sind notwendige Vorbereitungen und Maßnahmen zu treffen. Die Frage der Konnexität stellt sich nach meiner Einschätzung hierbei nicht. Aber wir sind als SPD-Fraktion auf die Stellungnahme der Kommunalen Spitzenverbände in diesem Zusammenhang sicherlich auch interessiert und gespannt. Der Hinweis auf § 10 Abs. 1 Satz 4 betont nochmals verstärkt, dass die Gemeinden im Rahmen ihrer Unterstützung und Förderung auch für die Erhaltung und Gewinnung ausreichendem Personals bei den freiwilligen Feuerwehren zu sorgen haben. Allgemein formuliert, aber doch mit einer klaren Erwartungshaltung versehen. Die Personalfrage ist die Herausforderung für alle freiwilligen Feuerwehren. Patentrezepte gibt es sicherlich nicht. Über Vor- und Nachteile der Arbeit in den Feuerwehren reden gerade junge Aktive sehr offen. Ein junger Feuerwehrmann hat mir in seiner wöchentlichen Übungsstunde formuliert, ich bin zwar gern Feuerwehrmann, aber ich bin auch gleichzeitig Schiedsrichter für den hessischen Fußballverband. Wenn ich mich entscheiden soll, entscheide ich mich für die Tätigkeit als Schiedsrichter. Da habe ich ihn gefragt, warum. Ich bekomme eine kleine Aufwandsentschädigung, und zudem habe ich, wie übrigens alle Schiedsrichter in Hessen, die gleichen Vorteile mit einem günstigen Leasingangebot für ein Fahrzeug und ich kann zusätzlich in die Fußballstadien der Bundesliga hinein. Ich will hier nicht einer Bezahlung das Wort reden, sondern ich will vielmehr den Fokus auf etwas anderes richten. Es ist sicherlich nicht richtig, wenn aufgrund dieser Gesetzesänderung jetzt ein Wettbewerb entsteht, wer als Kommune die günstigsten Bedingungen für ehrenamtlich Tätige im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren liefern kann. Ich bin der Überzeugung, das muss landesweit möglichst gleich sein, damit auch diejenigen, die in Gemeinden wohnen, die nicht so finanzstark sind, auch die gleichen Vorteile in dem Bereich nutzen können. Ansonsten hielt ich eine solche Regelung, eine solche Spreizung letztendlich auch dafür, dass das System der Freiwilligen Feuerwehren über kurz oder lang infrage gestellt wird. Ich bin der Meinung, auch hier ist eine Koordinierungsaufgabe für den Landesfeuerwehrverband, sodass man auch hier landesweit möglichst in eine Richtung vorgehen kann und es nicht zu gravierenden Unterschieden in dem Bereich gibt. Aber unabhängig davon wird eine intensivere Unterstützung der Ehrenamtlichen durch hauptamtliche Kräfte vonnöten sein. Die Regelung, dass neben den Sonderstatusstätten auch Städte mit eigenem Bauaufsichtsamt ihre Stadtbrandinspektoren oder ihren Stadtbrandinspektor bestimmen und hauptamtlich bestellen können, ist sicherlich hilfreich. Ob allerdings lediglich die Anhörung der Ehrenamtlichen dazu ausreicht, ist eine solche Entscheidung zu legitimieren, stelle ich infrage. Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen beruht auf der Anerkennung der fachlichen Kompetenz und der dazu erforderlichen sozialen Kompetenz. Statt des schwachen Instrumentes der Anhörung sollte daher ein positives Votum als echte Beteiligung eingeräumt werden. Herr Kollege, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Zum Punkt 3 der Bewertung gehört sicherlich die Änderung zur Feststellung des Katastrophenfalls. Hier bleibt einfach nur festzustellen und zu fragen, ob es eine relevante Anzahl von fragwürdigen Feststellungen zum Katastrophenschutzfall, ja oder nein. Sicherlich ist allen einer bekannt, als der Landrat des Main-Taunus-Kreises im Rahmen der Flüchtlingskrise hier den Katastrophenfall ausgerufen hat. Ich glaube, nur ein Fall als Fehlleistung sollte nicht dazu dienen, dass wir jetzt eine bewährte Praxis praktisch mehr oder weniger über Bord schmeißen. Herr Kollege, bitte letzter Satz. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN haben auch formuliert, dass diese vorgenommene Regelung nicht ihre Zustimmung trifft. Das trifft übrigens auf uns als SPD-Fraktion ebenfalls zu. Ich freue mich auf eine Beratung in den Ausschüssen. Ich hoffe auch sehr, dass die Anhörung in dem einen oder anderen Punkt noch erhellende Argumente liefern kann. – Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. – Das war ein sehr langer letzter Satz, wenn ich das einmal bemerken darf. – Als Nächste spricht zu uns Frau Kollegin Goldbach für die Fraktion BÜNDNIS 90 90 Die GRÜNEN. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zum Glück erleben wir im besten Fall nie oder zumindest sehr selten in unserem Alltag Katastrophen, Unfälle oder Brände. Wenn aber solche Katastrophen oder Notfälle eintreten, sind wir in Hessen gut gerüstet, weil mehr als 80.000 Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren und Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz gut ausgebildet und sofort einsatzfähig sind. Deshalb möchte ich mich, Minister Beuth, anschließen und das hervorragende Engagement dieser Menschen in diesen Ehrenämtern würdigen und mich bei Ihnen herzlich bedanken. Im Land Hessen finden die Mitglieder der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes einen verlässlichen Partner oder eine verlässliche Partnerin, nicht nur durch die Förderung und Anschaffung von Fahrzeugen und Feuerwehrhäusern, sondern vor allem durch die Schaffung von guten Rahmenbedingungen. Um solche Rahmenbedingungen geht es eben auch heute in dem von der Landesregierung vorgelegten Gesetzentwurf. Innenminister Beuth hat die Notwendigkeit einer Änderung des HBKG in der Einbringung schon erläutert. Einmal die Umsetzung der SEWISO-III-Richtlinie. Neben geänderten Anforderungen an die Erstellung und den Inhalt externer Notfallpläne und geänderter Daten und Informationen, die in diese externen Pläne aufzunehmen sind, gibt es weitere inhaltliche Änderungen. Schon erwähnt heute, die Feststellung des Katastrophenfalls in Zukunft von der Zustimmung durch die oberste Katastrophenschutzbehörde, also im Innenministerium, abhängig zu machen. Ich möchte noch einmal betonen, was der Sinn dieser Regelung sein soll, nämlich dass es landeseinheitliche Maßstäbe für die Feststellung des Katastrophenfalls gibt. Denn es sind erhebliche Eingriffe in die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern mit der Feststellung des Katastrophenfalls verbunden. Deswegen sollten wir auf eine landeseinheitliche Regelung hinarbeiten. Nichtsdestotrotz stelle ich fest, das wird von den Kommunalen Spitzenverbänden kritisch Wir werden da sicherlich noch in einen intensiven Austausch gehen. Im Bereich Brandschutzerziehung, besonders in Kindergärten und Schulen, gab es eine Regelungslücke, nämlich dass sonstige Dienstveranstaltungen nicht erfasst waren. Das heißt konkret, dass die Referentinnen und Referenten im Bereich Brandschutzerziehung keinen Erstattungsanspruch auf Weitergewährung ihres Arbeitsentgeltes bekommen. Das soll auch in Zukunft geregelt sein. Weiterhin haben wir eine Konkretisierung, dass die Aufgabe der Gemeinden zur Gewinnung ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger noch einmal verdeutlicht wird. Dann wurde auch schon erwähnt, dass die Städte mit eigenem Bauaufsichtsamt sollen hauptamtliche Stadtbrandinspektorinnen analog zu den Regelungen in den Sonderstatusstätten nur nach Anhörung durch die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen bestellen können. Das Demokratieprinzip bleibt aber nichtsdestotrotz gewahrt. Denn die ehrenamtlichen Feuerwehrleute werden durch eine Sprecherin vertreten, die sie selbst wählen und die die Belange der Ehrenamtlichen gegenüber dem Magistrat, aber auch gegenüber der Leiterin der hauptamtlichen Kräfte der Städtischen Feuerwehr vertritt. Es ist also nicht so, dass sie nicht mehr gehört werden oder keinen Einfluss mehr hätten. Weiterhin wird die Möglichkeit geschaffen, und das ist auch sehr wichtig, wahren Mitteilungen nicht nur per SMS, sondern auch über andere Kommunikationswege, nämlich über Apps, zu versenden. Dann soll die Hilfeleistungspflicht im Katastrophenfall, die jetzt schon für Bürgerinnen und Bürger gilt, ausgeweitet werden, und zwar einmal auf Handel und Gewerbe, andererseits auf Beherbergungsbetriebe. Konkret geht es eben darum, dass im Katastrophenfall z.B. ein Baumarkt Sandsäcke zur Verfügung stellt oder dass, wenn Menschen evakuiert werden müssen, die Beherbergungsbetriebe diese dann aufnehmen und unterbringen für einen begrenzten Zeitraum. Das ist also auch eine sinnvolle Regelung. Weiterhin geht es in drei Punkten um Kostenerstattung und Gebühren. Das finde ich auch unterstützenswert. Nämlich einmal, für Landkreise und kreisfreie Städte, die Brandmelde- Empfangszentralen einrichten, wird die Möglichkeit geschaffen, von den aufgeschalteten Gebühren für diese Leistungen zu erhalten. Kosten entstehen den Landkreisen und Städten vor allem für die Kommunikationstechnik, und diese Kosten sind nicht unerheblich. Auch für die Feuerwehren gibt es eine Weiterberechnungsmöglichkeit. Der anschauliche Fall, das hat Minister Beuth auch schon geschildert, ist eben der Transport adipöser Menschen, der oftmals durch die Feuerwehr erfolgen muss, weil die Krankentransporte das einfach technisch nicht leisten können. Auch hier gibt es eine Kostenerstattungspflicht, die sich dann eben an den Rettungsdienst richtet, der diese Rettung oder diesen Transport eigentlich durchführt. Das sind keine originären Aufgaben auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr nach dem Hessischen Katastrophen- und Brandschutzgesetz. Eine weitere und dritte Möglichkeit des Kostenersatzes soll eingeführt werden für Gemeinden. Auch hier geht es wieder um die Abgrenzung zwischen den originären Aufgaben im Gebiet der Gefahrenabwehr oder der Rettung von Menschen aus akuten lebensbedrohlichen Lagen zu den alltäglichen und originären Aufgaben des Rettungsdienstes. Auch dort sollen die Kosten von den Gemeinden in dem Fall an die Rettungsdienste weiterbrechen werden können. Wir haben daneben noch im HSOG ein paar Änderungen, einige Redaktionelle. Daneben aber auch. Die Sicherstellung im Gefahrenabwehrrecht wurde bisher nur auf Sachen beschränkt. Das soll auch auf schuldrechtliche Forderungen erweitert werden. Diese Änderungen sind notwendig. Die Polizeibehörde erhält einen neuen Namen, nämlich das hessische Polizeipräsidium für Technik, damit klar ist, dass es eine Landesbehörde ist. Digitalfunk ist ein ganz wichtiger Punkt. Da soll eine autorisierte Stelle eingerichtet werden. Das soll die Schnittstelle zwischen einerseits dem beauftragten technischen Betrieb und den örtlichen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, die den Digitalfunk nutzen. Und schließlich auch noch zum Digitalfunk. Wir haben die Tatsache, dass der Empfang von Digitalfunk in großen Gebäuden, Parkhäusern zum Beispiel, schlechter ist als der Analogfunk. Deswegen müssen dort noch einmal Funkanlagen eingebaut werden. Wir haben hier eben eine Regelung, dass die Eigentümer dieser Gebäude, wenn das auch private sind, diese Einrichtung dulden sollen. Wie schon zu Beginn gesagt, der Normalfall ist zum Glück, dass nichts passiert. Sollte es aber doch zum Brand- oder Katastrophenfall kommen, sind die hessischen Kommunen gut gerüstet und das Land Hessen. Die Regierungskoalition werden sie weiterhin gut und gerne unterstützen. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und bei Abgeordneten der SPD Nächste Wortmeldung, Herr Kollege Meysner für die CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Feuerwehren und der Katastrophenschutz in Hessen sind der Landesregierung und insbesondere der CDU in unserem Bundesland ein immerwährendes und wichtiges Anliegen. Das gilt nicht nur saisonal, sondern permanent haben wir den Brand- und Katastrophenschutz in Hessen im Auge. Insofern unterliegt auch das Hessische Brand- und Katastrophenschutzgesetz einer permanenten Evaluierung. Dies bedeutet, das Gesetz im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und kostenmäßige Wirksamkeit zu prüfen und entsprechend anzupassen. Im Grundsatz ist festzuhalten, dass das Hessische Brand- und Katastrophenschutzgesetz sich bewährt hat, es aber nun an entsprechende Vorgaben, insbesondere der eben schon genannten Serveso III-Richtlinie, angepasst werden muss. Hierbei handelt es sich im Speziellen um die Anforderungen in Bezug auf die Erstellung und den Inhalt externer Notfallpläne. Selbstverständlich ist es sinnvoll, in diesem Zusammenhang auch redaktionelle Änderungen durchzuführen und auch die ein oder andere Aktualisierung aufgrund von Erfahrungen und Entwicklungen im Brand- und Katastrophenschutz durchzuführen. Bevor ich verschiedene Punkte anspreche, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um den aktiven im Brand- und Katastrophenschutz und hier ganz besonders den aktiven Feuerwehrleuten herzlich für ihre Arbeit zu danken. Beifall bei der SPD und der LINKEN des Abg. Dr. Ulrich Wilken Das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Es war die unionsgeführte Landesregierung mit unserem Innenminister Peter Beuth, die die Diskussion und die daraus entstandene Gesetzesänderung in Gang gesetzt haben. Das wollen wir nicht vergessen und werden dies auch gerne immer wieder ins Bewusstsein rücken. Ich glaube, hier wird deutlich, dass das Thema Sicherheit für alle Einsatzkräfte ein Thema ist, das sich die CDU in Hessen vordringlich auf die Fahne geschrieben hat und auch weiter verfolgen wird. Darüber werden wir am Donnerstag auch auf unsere Initiative hin in diesem Haus diskutieren. Die Aktuelle Stunde zu dem Thema Wichtiges Zeichen in Frankfurt, Gewalt gegen Rettungskräfte, ist ein Tabu. Wer Helfer angreift, greift uns alle an. Ich möchte heute schon betonen, dass die Menschen, die sich für unseren Rechtsstaat einsetzen, rund um die Uhr für medizinische Notfälle zur Verfügung stehen oder in ihrer Freizeit für die Mitmenschen in Notsituationen rund um die Uhr ehrenamtlich bereitstehen, die CDU in Hessen immer als ihren Partner ansehen können. Denn wir schützen die, die uns schützen. Um auf die Neuerung im Brand- und Katastrophenschutzgesetz zurückzukommen, beginne ich mit der Änderung in § 10, in der die Nachwuchsgewinnung und der notwendige Erhalt der Einsatzkräfte noch einmal ausdrücklich erwähnt wurden, um deutlich zu machen, wie wichtig es ist, sich aktiv und engagiert um den Erhalt der Feuerwehr, insbesondere die Jugendarbeit zu engagieren. Im Weiteren wird mit dem neuen Brand- und Katastrophenschutz nun die Möglichkeit geschaffen, in Städten mit eigenem Bauaufsichtsamt den Stadtbrandinspektor bzw. die Stadtbrandinspektoren hauptamtlich besetzen zu können. Ein Diskussionspunkt wird sicherlich die Regelung sein, dass bei der Feststellung eines Katastrophenfalls die Zustimmung des für den Katastrophenschutz zuständigen Ministeriums notwendig wird. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass insbesondere mit Blick auf eine landeseinheitliche Praxis und unter Einbeziehung der fachlichen Expertise des Innenministeriums eine solche Regelung sinnvoll erscheint. Bereits auf Grundlage des geltenden HBKG kann die oberste Katastrophenschutzbehörde Entscheidungen der unteren Katastrophenschutzbehörde im Einzelfall revidieren. Im Rahmen der Anhörung werden sicherlich die Argumente für und wieder dargelegt werden. Weiterhin sei noch erwähnt, dass in Bezug auf die Hilfeleistungspflicht aller Bürgerinnen und Bürger Hilfsmittel bereitzustellen, eine Regelung geschaffen worden ist, die im Einzelfall die Handhabung erleichtern soll. Ebenso die Regelung über den Kostenersatz der Einsätze, die durch neue Einfügungen insbesondere im Rettungsdienst oder beim Krankentransport für Klarheit und Einfachheit sorgen sollen. Wie erwähnt sind auch einige redaktionelle Änderungen mit angepackt worden und kleinere Änderungen, die auch Einfluss auf das HSOG haben. Es wird also auch zukünftig Aufgabe der CDU-geführten Landesregierung sein, die bestehenden Gesetze und Verordnungen im Brand- und Katastrophenschutz zu evaluieren, im Austausch mit den Betroffenen vernünftige Formulierungen, Anpassungen und Umsetzungen zu finden. Zum Schluss möchte ich mich auch bei unserem Innenminister Peter Beuth und seinem Team ganz herzlich bedanken, der mit großem Engagement die Belange der Feuerwehr, der Polizei und Rettungskräfte im Auge behält, ihnen den notwendigen Respekt zollt und durch innovative Ideen Dinge einleitet, einführt und umsetzt, die zum Erhalt und zur Förderung der genannten Institutionen dienen. Lieber Peter und deinem Team, vielen Dank dafür. In Summe bestätigt dies wiederholt die von mir erwähnte notwendige Anerkennung, Unterstützung und Förderung der Menschen, die sich mit großem Engagement und mit sorgfältig angeeigneter Sach- und Fachkenntnis für andere Menschen, die meisten in Notsituationen engagieren. Allein allen, die sich in den gesamten Bereich aktiv einbringen, abschließend ein aufrichtiges und herzliches Dankeschön und insbesondere für die Feuerwehrkameraden und Kameraden, Gott zu Ehre, dem Nächsten zu Wehr. – Vielen Dank. Das Wort hat Herr Kollege Greilich für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist schon fast alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Damit das auch so bleibt, werde ich nicht alles wiederholen, was meine Vorredner hier schon vorgetragen haben. Da war fast nur Richtiges dabei, und ich will das ausdrücklich hier festhalten. Aber mich auf die wenigen Punkte konzentrieren, die meines Erachtens noch anzumerken sind. Ich glaube, das wird relativ schnell gehen, zumal wir uns in der Grundtendenz und der Grundbewertung dieses Gesetzentwurfs einig sind. Ich kann das erwähnen, was Kollege Hahn bei dem Rundfunkänderungsstaatsvertrag schon erwähnt hat. Wir haben es in der Fraktion beraten mit dem Motto – das sieht gut aus – wird wahrscheinlich funktionieren, aber jetzt werden wir das einmal genau anhören. Drei Punkte in aller Kürze. Der erste Punkt will ich hier einmal hervorheben. Besonders wichtig ist uns die Einfügung des § 10 Abs. 1 Satz 4, der dort lautet, dass die Gemeinden im Rahmen der Unterstützung und Förderung auch für die Erhaltung und Gewinnung einer ausreichenden Anzahl von ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen zuständig sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist eine Aufgabe, die mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, weil wir in der Tat mehr oder weniger Flächen decken. Das ist teilweise von Ort zu Ort ein bisschen unterschiedlich, aber im Schnitt echte Nachwuchsprobleme haben. Wir werden alle gemeinsam – da müssen die Gemeinden auch mitwirken – dafür arbeiten müssen, dass es mehr Engagement von ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen für ihre verantwortungsvolle Aufgabe gibt. Deswegen komme ich noch einmal zurück, auch wenn dieser schon erwähnt worden ist, auf einen zweiten Punkt, nämlich die Regelung in § 12 Abs. 11. Ich habe sehr wohl gehört, dass der Minister berichtet hat, dass auch der Landesfeuerwehrverband und die Kommunalen Spitzenverbände für diese Einfügung wollten, nämlich die Möglichkeit, den Stadtbrandinspektor nicht immer wählen zu lassen, sondern da, wo es ein Bauaufsichtsamt gibt, auch die Benennung eines hauptamtlichen Stadtbrandinspektors zu ermöglichen. Das ist prinzipiell eine gute Sache. Ich komme aus einer Stadt, die eine Berufsfeuerwehr hat. Daneben aber auch fünf freiwillige Feuerwehren, dass man die Motivation der Ehrenamtlichen nicht dabei beeinträchtigt. Das ist ein Punkt, der mir etwas Sorge macht. Sie haben hier vorgesehen, dass eine Bestimmung – okay, das muss nicht, das ist das Mindeste – aber nach Anhörung. Ob die Anhörung dort ausreichend ist, habe ich gewisse Zweifel. Daher bin ich sehr gespannt auf das, was wir in der Anhörung hören. Ich könnte mir z.B. vorstellen, dass man stattdessen sagt, dass man im Einvernehmen mit den Ehrenamtlichen, sprich mit den Vertretern der freiwilligen Feuerwehren, wo es die denn gibt, das zu machen. Das müssen wir genau prüfen, und zwar ausschließlich nicht, weil die Zielrichtung falsch wäre, sondern weil wir aufpassen müssen. Das ist eine sehr sensible Angelegenheit, die Befugnisse, die Kompetenzen von Ehrenamtlichen zu beschränken, wenn man die Motivation nicht beeinträchtigen will. Dritter und letzter Punkt. Das Thema wurde schon erwähnt, aber ich will einen Aspekt hinzufügen. Es geht um die Frage der Duldungsnotwendigkeit von Funkverstärkern, also des Anbringens von technischen Einrichtungen in größeren Anlagen, etwa Einkaufszentren. Das ist eine zwingend notwendige Regelung. Wir bekommen sonst massive Probleme in etlichen Bereichen, wo plötzlich die Funkversorgung unserer Einsatzkräfte nicht mehr gewährleistet wäre. Das ist denkbar in Einkaufszentren, aber auch in anderen größeren Bereichen. Deswegen ist die Duldungspflicht aus unserer Sicht eine zwingende. Allerdings legt das Gesetz auch fest, dass diese Duldungspflicht in jeder Hinsicht entschädigungslos erfolgen soll. Das muss man sich noch einmal genauer anschauen, genauer anhören, ob es dort die Notwendigkeit gibt, etwas nachzusteuern. Mein Vorredner, Herr Kollege Meysner, hat sich schon bei dem Innenminister bedankt für die Vorlage dieses Gesetzentwurfs. Ich will mich diesem Dank ausdrücklich anschließen. Das ist ein Gesetzentwurf, mit dem man arbeiten kann. Ich bedauere, dass ich das sagen muss, Herr Minister. Der Dank wäre noch größer, wenn nicht wieder ein kleiner Schönheitsfehler bei dem gesamten Gesetzgebungsforum passiert wäre. Es wurde schon erwähnt. Hier geht es um die Umsetzung der Seveso III-Richtlinie. Wir haben Ende Februar 2018. Die Richtlinie, die wir jetzt umsetzen, stammt vom 4. Juli 2012, sprich, sie ist fünfeinhalb Jahre alt. In dieser Richtlinie ist festgelegt, dass die Mitgliedstaaten die entsprechende Umsetzung innerhalb einer Frist von zweieinhalb Jahren zur Anwendung ab dem 1. Juni 2015 die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften bis zum 31. Mai 2015 vorzunehmen. Herr Kollege Beuth, es tut mir leid, das feststellen zu müssen. Aber Sie sind wieder einmal zweieinhalb Jahre im Verzug mit der Erfüllung der Aufgaben, die Ihnen auf dem Schreibtisch liegen. Das sollten Sie dann in Zukunft einmal nacharbeiten. Herr Kollege Schaus, Sie haben das Wort für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will nicht zu sehr auf die Einzelheiten eingehen, die jetzt schon angesprochen wurden. Da ist das Wesentliche, finde ich, schon dazu gesagt worden. Ich will ausdrücklich eingangs darauf hinweisen, dass es natürlich unser gemeinsames Interesse ist und sein muss, die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Wenn das notwendig ist, z. B. dass mit neuer Technik, Stichwort Digitalfunk, Eingriffe vorgenommen werden müssen, Herr Greinich hat es gerade angesprochen, um die Übersetzung in große Gebäude hinzukriegen, um den Digitalfunk zu gewährleisten, dann ist es sicherlich notwendig und richtig, an dieser Stelle auch das Gesetz zu ändern. Ich will auch sagen, dass wir alle ein Interesse daran haben müssen und auch in der Tat dankbar sein müssen, dass wir nach wie vor noch ein System von Ehrenamtlichen bei der Feuerwehr, im Katastrophenschutz und in den Rettungsdiensten haben, die viele öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Das wird genau bei der Diskussion über das Brand- und Katastrophenschutzgesetz dann auch wieder deutlich. Jetzt ist hier § 10 schon angesprochen worden. Da teile ich sozusagen das, was der Kollege Greilich gesagt hat, ausdrücklich. Es gibt in der Tat eine Veränderung, die so harmlos daherkommt, die auch in der Tat ihre Berechtigung hat, nämlich dass die Kommunen in § 10, wie es so heißt, dafür sorgen müssen, im Rahmen dieser Unterstützung und Förderung der Feuerwehr auch für die Erhaltung und Gewinnung ausreichender Anzahl von ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen zu sorgen. Nun ist das schnell in ein Gesetz geschrieben, aber umgesetzt ist das noch einmal etwas ganz anderes. Was ich vermeiden möchte, ist, dass man sozusagen diese stärkere Verpflichtung, es gibt ja schon eine, die Kommunen können ja, das wissen die Bürger, die meisten Bürger noch nicht, können ja jetzt schon zurückgreifen im Bedarfsfall auf Bürgerinnen und Bürger, um entsprechende Aufgaben hier sicherzustellen. Dass aber die Kommunen damit möglicherweise alleingelassen werden, das kann und darf nicht sein. Ich finde, es ist wichtig, an dieser Stelle zu betonen und mit Ihnen auch in der Anhörung zu diskutieren, wie denn eine solche Sicherstellung gewährleistet und unterstützt werden kann durch das Land. Sei das finanziell, sei das organisatorisch, auf jeden Fall reicht es nicht aus, das bloß in das Gesetz hineinzuschreiben. Nun will ich das gar nicht noch einmal dem Minister unterstellen. Ich will nur auf das Problem hinweisen, das auch im Gesetzentwurf in der Begründung nachzulesen ist. Wir werden in absehbarer Zeit personelle Probleme bekommen. Das heißt natürlich auch mit den freiwilligen Feuerwehren, mit den rund 2.600 freiwilligen Feuerwehren, auch über Strukturveränderungen zu diskutieren, die dann aber nur auf freiwilliger Basis, auch das will ich betonen, stattfinden können und stattfinden dürfen. Ich glaube, das sehen die freiwilligen Feuerwehren auch so. Das ist auch ein wichtiger Punkt in dieser gesamten Diskussion. Nun habe ich das Gesetz, als es vor zehn oder elf Tagen kam, als Entwurf der Landesregierung so gelesen, dass ich davon ausgegangen bin, dass klar, das ist ein Regierungsgesetz, da muss es eine entsprechende Anhörung der Verbände gegeben haben. Der Bereich ist überschaubar, gar keine Frage. Insofern gehe ich davon aus, dass das alles mit denen abgestimmt ist. Wie gesagt, ich habe das so lange geglaubt, dass das so ist, bis an die Fraktionsvorsitzende und an den Minister ein Brief des Landrats des Land-Dill-Kreises vorgelegt wurde. Das will ich doch in der Tat noch einmal ansprechen. Der Herr Minister hat in der Einbringung eben darauf hingewiesen, dass die Veränderung in § 34, also die Feststellung des Katastrophenfalls, sozusagen in Abstimmung mit der obersten Katastrophenschutzbehörde, jetzt neu ins Gesetz aufgenommen werden muss, weil die Landräte das im Rahmen der Auftragsverwaltung erledigen müssen. Dass es dafür gute Gründe gäbe, das jetzt so zu verändern, hat er damit begründet, dass aufgrund erheblicher Eingriffe im Katastrophenfall in das Recht der Bürgerinnen und Bürger, also Freizügigkeit und vieles mehr, Verletzlichkeit der Wohnung oder Unverletzlichkeit der Wohnung, dass das dann stattfände. Erstens. Ist der Fall des Landrats im Main-Taunus-Kreis geeignet, als der Fall zu gelten, weshalb man jetzt die Kompetenzen der Landräte einschränkt? Was haben die denn bisher falsch gemacht, sage ich einmal? Insofern glaube ich, dass es sehr notwendig ist, darüber auch zu diskutieren und die Betroffenen auch anzuhören. Nachdem ich diesen Brief des Landrats aus dem Lahn-Dill-Kreis gelesen habe, der ja ein Beschluss des Kreistags ist, also wo sich der Kreistag sozusagen damit beschäftigt hat, wie die Landräte jetzt in der Frage der Feststellung des Katastrophenfalls, wie es in § 34 des Gesetzes heißt, die alleinige Kompetenz genommen bekommen. Dann habe ich auch noch einmal die Begründung genau gelesen. Wie gesagt, da wird davon gesprochen, dass es um subjektive Einschätzungen geben könne des Katastrophenfalls. Das finde ich schon einen merkwürdigen Begriff. Es wird damit begründet, dass es Auftragsangelegenheiten sind, die von den Landräten wahrgenommen werden, und die erheblichen Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht. Alles Dinge, die seit Jahr und Tag auch schon so waren und die nicht zu Beanstandungen geführt haben, und wo es aus Sicht unserer Fraktion jetzt nicht zwingend notwendig ist, § 34 in dieser Art und Weise zu verändern und den Landräten Kompetenzen zu entziehen, die sie seit Jahren und Tag zuverlässig wahrgenommen haben. So gehen wir auch in die Anhörung hinein. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die erste Lesung erfolgt. Wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Innenausschuss. Dem widerspricht keiner. Damit ist so beschlossen. Meine Damen und Herren, für heute ist die Tagesordnung erledigt. Ich rufe den Landtag für morgen früh um 9 Uhr ein. Ich darf noch darauf verweisen. Auf dem Parlamentarischen Abend der Verbraucherzentralen Hessen im Restaurant des Hessischen Landtags einen schönen Abend. Danke.